Heute geht es um die größte Herausforderung meines Lebens und wie ich sie bewältigt habe. Also man könnte sagen, ich war früher so wie der verlorene Sohn, der irgendwie nach Hause gesucht hat. Und ja, nach Ausbildung, Studium und so weiter, irgendwie Karriere, Geld, Erfolg, fühlte ich mich innen drin immer noch irgendwie leer. Und Dalai Lama hat das mal so schön gesagt mit dem Satz, wenn du spürst, dass in deinem Herzen etwas fehlt, dann kannst du auch, wenn du im größten Luxus lebst, nicht glücklich sein. Und ich möchte dir einfach heute drei wichtige Erkenntnisse auf meinem Weg verraten. Und das beginnt eigentlich damit, dass ich mich gefragt habe, hey, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich? Und plötzlich, ja, auf dieser Suche kam mir der Gedanke, hey, was ist das, wenn das überhaupt ein Fehler ist, ein Denkfehler, dass ich suchen muss? Ja, vielleicht gibt es gar nichts zu suchen. Und plötzlich habe ich erkannt, es ist im Prinzip ja alles da. Ja, es ist nur wichtig, worauf richte ich meinen Fokus, ja. Wenn ich äußere Dinge haben will, aber innen leer bin, dann komme ich nicht weiter. Dann werde ich das nicht finden, was ich eigentlich suche, nämlich mich selbst und mein Glück. Und dann ist mir klar geworden, hey, das kann ich in mir nur finden, aber als zweitens in der Verbindung über mein Inneres bin ich verbunden mit allen Menschen, mit allem, was in dieser Welt existiert. Ja, auch mit Geld, mit materiellen Dingen. Und plötzlich habe ich die Dinge in mir gefunden und jeden Tag gefunden. Und wenn ich etwas wirklich wollte, dann brauchte ich mich nur wirklich darauf zu fokussieren, darauf auszurichten, in Liebe damit zu verbinden. Und plötzlich sind die Dinge da. Und dann kommt der dritte wichtige Punkt. Um Liebe, Freude, Glück und Zufriedenheit wirklich zu erfahren, muss ich es teilen. Weil in dem Moment, wo ich es anderen schenke, ist es auch in mir, ist es da. Und ich vermehre damit. Ich erzeuge sozusagen noch mehr Glück, Freude, Liebe, Erfüllung, Zufriedenheit. Und deshalb meine Botschaft an euch. Hört auf zu suchen, fangt einfach an zu finden und teilt es mit anderen. Hört auf zu suchen, fangt einfach an euch.